Hallo, hier ist Nikolas von Jupiter Jones. Ich sende ganz herzliche Grüße in die Regenbogenwelt und würde mich ganz, ganz extrem freuen, wenn wir uns vielleicht im Herbst auf unserer Tour sehen würden. Die Termine dazu findet ihr auf regenbogen.de. Hört weiter Radio Regenbogen. Habt einen schönen Tag und auf bald.